Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Heute am 27. November mit Martin Kelz. Schönen Freitagabend und willkommen zu unserem Podcast. Jetzt geht doch alles ziemlich schnell. In Essen startet schon ab der nächsten Woche der Aufbau eines Impfzentrums gegen Corona. Von der Stadt heißt es heute Nachmittag auf Radio Essen Nachfrage. Ja, wir sind da in Gesprächen mit der Messe Essen in Rüttenscheid. Einen Vertrag mit der Messe gibt es aktuell noch nicht. In dem Impfzentrum soll es aber 12 parallele Impfstrecken gleichzeitig also geben. Außerdem will die Stadt Essen mobile Teams durch die Stadt schicken. Die könnten sich dann um die Impfungen in Krankenhäusern und in Altenheimen z.B. kümmern. Die Einrichtung soll ab dem 5. Dezember anlaufen bei uns. Radio Essen ist dann natürlich für euch auch direkt dabei. Einen Monat vor Weihnachten bereiten sich die Gemeinden hier bei uns in Essen auf die Gottesdienste unter Corona-Bedingungen vor. Einige machen Heiligabend mehr Gottesdienste, damit weniger Menschen gleichzeitig in den Kirchen sind. Andere verlegen Gottesdienste ins Freie oder auch ins Internet. Radio-Essen-Stadtreporter Kostas Mitzalis hat mit den Gemeinden gesprochen. In Bifang ist ein evangelischer Gottesdienst in einer Reithalle geplant, damit auch alle genug Abstand halten können. In Harzopf ist Heiligabend ein evangelischer Gottesdienst unter der Blutbuche im Freien. In Frohnausen dürfen 80 Menschen in die katholische Kirche St. Antonius. Die Messe wird aber auch live in den Fahrsaal übertragen. Da passen weitere 70 rein. Die Gemeinden haben Namenslisten und vergeben auch Platzkarten, um so sicherzustellen, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in einer Kirche sind. Die Polizei in Essen warnt jetzt per App vor Einbrüchen bei uns in der Stadt. Es gibt schon länger im Internet den Einbruchsradar. Da veröffentlicht die Polizei jede Woche die letzten Einbrüche auf einer Karte. In der letzten Woche gab es z.B. Gehäuftfälle in Bredenei und in Altendorf. Jetzt kann man sich die Fälle auch in einer App angucken. Die liefert außerdem eine Prognose, wo Einbrüche erwartet werden in der Stadt. Diese Info kann man sich auch per Push-Nachricht schicken lassen. Die App gibt es jetzt zum Runterladen. Die erste Prognose kommt am Montag. Bei den IHK-Unternehmen bei uns in Essen und der Region ist die Stimmung im Lockdown schlechter geworden. Das zeigt eine aktuelle Blitzumfrage der Essener Industrie- und Handelskammer. Die Erwartungen für die nächsten Monate sind trübe. Laut IHK gibt es im aktuellen Lockdown im Schnitt weniger Optimisten unter den befragten Unternehmen. Mehr als ein Viertel der Firmen sagen, die Lage wird schlechter. Jedes fünfte Unternehmen erwartet allerdings auch eine Besserung der Lage. Auch die Essener Polizei ist seit dem Nachmittag beim AfD-Bundesparteitag in Kalkar im Kreis Kleve im Einsatz. Getagt wird auf dem Gelände eines Atomkraftwerks. Das ist nie in Betrieb gegangen, sondern es wird heute als Freizeitpark genutzt. Der Parteitag ist mit Blick auf die Corona-Regeln sehr umstritten, weil die hunderten Teilnehmer und Delegierten sich auf dem Gelände versammeln wollen. Es wird auch Gegendemos geben. Laut Polizei sind mehrere hundert Polizisten aus ganz NRW bei dem Parteitag im Einsatz. Ab sofort gibt es bei uns in Essen wieder die Ruhrtop-Card. Die neue Karte hat besondere Corona-Bedingungen. Wer meint, dass er sie nach dem Kaufen doch nicht nutzen kann, der kann sie bis Ende März wieder zurückgeben. Mit der Ruhrtop-Card gibt es freien Eintritt bei fast 100 Attraktionen, z.B. in der Domschatzkammer in der Innenstadt, im Gruger Park und dem Ruhrmuseum auf Zollverein. Viele der Attraktionen sind gerade zu. Deshalb wollen wir mit der Ruhrtop-Card gemeinsam nach vorne blicken, heißt es. Und das war überregional wichtig. Im Corona-Hotspot Passau in Bayern gelten ab morgen eine Woche lang sehr strenge Ausgangsbeschränkungen. Bewohner dürfen ihre Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen, z.B. wenn sie zur Arbeit oder zum Arzt wollen. Hier liegt der Inzidenzwert ganz besonders hoch, und zwar um 450. Und der Bund nimmt noch mal mehr Geld in die Hand, um Unternehmen zu helfen, die vom Lockdown betroffen sind. Bundesfinanzminister Scholz hat für den Dezember Hilfen von insgesamt 15 Mrd. Euro angekündigt. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es gibt heute Abend und in der Nacht ganz, ganz wenige Wolken über Essen. Und es wird in Bredeney und Altendorf ziemlich kalt. Drei Grad messen wir dann. Morgen geht es mit leichtem Nebel erst mal in den Tag. Später ist dann auch so ein bisschen Sonne drin bis 9 Grad. Der Sonntag bringt wieder etwas Sonne und ähnliche Temperaturen. Und wir sagen jetzt schon mal, schönes Wochenende. Habt einen tollen ersten Advent natürlich. Und Nachrichten aus Essen hört ihr im Programm bei Radio Essen wieder ab halb acht. Ich sag, bis später. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt. Tag in fünf Minuten.